Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Dead Island 2. Ich steck fest. Baustelle auf den Hügel. Du hast angerufen. Schlürfe, schlürf dich aus meinem Weg. Stört doch. Du musst die Sicherung beim Hinder immer kaufen, dann kannst du in so eine Dinger rein. Da kann man lustig auf. Das ist wie eine Schlange. Dieses Fass ist da halt doof. Das müsste trotzdem... Wow, ein Klauenhammer. Könnte besser gewesen sein. Oder irgendein. Agro. Verschwerfen hoch. Na, natürlich dodsch du das oder was, du Hund. Das ist so jung. bist du denn da ist auch nie gegangen ich bin nach oben gekommen die bursche ist so ganz oben nicht da war noch ein fetter da wollte ich eigentlich gucken gehen ich doch ja du sagst du bist ein fetter und dann bin ich rausgekommen und da war keiner mehr ich sehe dich jetzt super schlecht ich suche den fetten jetzt da oben drunter wurde aber ich weiß nicht wo du bist du hier war noch ein fetter doch mehr ich gehe wieder ich gehe wieder so totenkopf zu haben wie sie ich von schatten das möchte ich nicht was ist hier oben ein motorrad hier ist eine batterie ein paar luxuskorn oha also die halten gerade bisschen dolle was ab ja da meine ich ja das ist wahrscheinlich so ein gebiet wo wir noch nicht sein sollten ich vermute ich auch nicht doch deswegen meinst du gerade dass ich hier nicht hingehen möchte ich bin zu noch hmm Schnauze 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 Schutzanzug eher Seh nicht aus Das ist vollkommen trash Unter dir Okay Das Ding ist, ich bräuchte halt mal so langsam und sicher auch mal ne Werbung wieder Hm, das war auch Spontor oder Darkbank Ja, auch so, ja schon Oh Stirb Oh, ist doch kaputt gegangen Ja, so als Zombies Schockzombies Oh, die Ravebau-Stille Oh Rolik und Rolik haben Bock Oh, naja, ist kaputt Oh, eh nur das scheiß Tricksmesser Stirb Stirb Jawohl, die haben Bock Die haben auch Fock Oh, Fock Welters ...traps? ...traps. Hellooo! Ich bin hier. Ich bin hier. Oh. Ich bin hier. ich hoffe du bleibst liegen kollega besser aus ist aber freund den kopf abschlagen ich hätte eine batterie die euch dann draußen ich dachte es wäre ein fenster gewesen oh ich bin oh oh wir brauchen wirklich etwas Hilfe wir sind noch nicht fertig wo schränkst du? Hilfe! jemand? hier strom war fast deswegen steht da ganz groß immun schlüssel des vorarbeiters erfreulich du bist doch vorarbeiter das ist ja alles nicht mehr es ist mir alles um nichts Okay, Entschuldigung. Nein, du kannst die Frau nicht looten. Ich weiß, wo er ist. Auf der Weg nach Monarch Studios. Das Film, Moss. Warum? Er hat sich etwas wichtig gemacht. Also, ich habe vieles Geräusch gemacht, um alle die Zombies zu entdecken. Und Michael schlug durch die Tür zur Studio Access Road. Mein Plan war, um mit den Konstruktionen zu arbeiten, um die Zombies zu verabschieden. Die Konstruktionen, die alle Zombies sind? Obviamente, ich wusste nicht über das. Sie waren gut gestern. Dinge verändern schnell, um hierher. Listen, ich wurde von deinem Mann. Sie ist überraschend über dich. Oh, sie haben sich überraschendet, nicht wahr? Sie war perfekt sensibel, bevor sie mit Ricky kennenzulernen. Jetzt ist es wie, um ein paar wunderschönen Kinder zu leben. Well, Glückwunsch, dass sie Mutter Jessie haben, um sie zu schützen. Hmm. Ich hoffe, dass Michael wieder zurückkommt. Ich vermiss, dass jemand intelligenter zu haben. Ich gehe dich zurück nach deine Tür, wenn du möchtest, darling. So, das kann weg. Das reparieren wir. Okay, perfekt. Das kann ich nicht mehr arbeiten. Damit kann ich auch arbeiten. Ich bin irgendwie ein Elefant. Ich bin so dieses... Quitsch, quitsch. Was sollen wir jetzt machen? Sterbe ich, wenn ich runterkomme? Schreit nie so hässlich. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Karte. Was soll ich hier drüben? Und du, Christian, du bist jetzt ein Kick ins Gesicht, Bitch. Der Kaffee ist doch Schwarmtyp. Warum so Bienenfliegen-Zeug-Sachen? Schwere Kischte. Oh. Oh, da ist ein Kross-Aberbeier. Ich bin nicht getroffen. Vorsicht, das knallt. Das ist nicht schnell. Das war's zum Einsammeln. Oh. Da links. Und der blauen Kiste. Ja, ja. Da liegt was. Rohrbombe. Bombe Rinder Gerhardt, jetzt ruhig eine Feuerwehrfarbe Ich bin down Ja Ja, ich komme doch schon und schrei mich nicht an Uh Ja Ja Ich gehe doch schon, Block Ich gehe doch schneller, Alter Achso Das ist nicht mal gut Ja Oh, Prämion Uh Ich bin schon wieder down, ey Alter, nicht Ah Strom Achso, ich war da noch drüber, perfekt Oh Gott Nein, explodiert Mann, stirbt doch ein Oh Kippt mich einfach auf ein Bild, der Hund Hau jetzt hier ab, Junge Alter Sag mal Na, hör mal Hat schon über zu viel Mitgitze gekostet Oh, blauen Was war denn, hier war da noch eins Was war denn, hier war da noch eins Och nein, ich bin down Ja, ich, gleich Das Wokem ist das, der Strom mit war Alles gut Alles gut Du bist doch kein Laubere, du bist ein Kriecher Du bist doch kein Läufer, du bist ein Kriecher Oh, oh, oh Du bist doch kein Läufer, du bist ein Kriecher Ob du explodiert Oh, so strölich Piss dich Oh, oh, oh Jetzt kommen von hinten schon wieder welche an den Randern oder was Stop jetzt! Verpiss dich! Natürlich lebt er noch! Mann ey, diese brennenden Huren sind ja noch! So unmerftig ey! Jetzt stirb! Jetzt kommt noch ein Elektro-Typ! Aber er ist immun oder er brennt nicht mal mehr! Er ist gelöscht! Ah ja, er ist immun, das ist klar! So! Oh! Ah! Ah! Boom Baby! Was? Oh! Schnelle Reise annehmen! Oh! Oh! Oh!